Spiel macht Spaß! Hacke alle benötigten Ausrüstungsgegenstände in die entsprechenden Staufächer von Jupiter. Richtig, die Taschenlampe. Korrekt, der erste Hilfe-Koffer. Nun brauchen wir das Atemschutzgerät. Großartig! Ein Seil. Die Rettungsschere. Richtig! Nun noch die Leiter. Gut. Jetzt das Funkgerät. Großartig! Ein Besen. Sehr gut. Ein Löscheimer. Gut. Ein Verkehrsleitkegel. Richtig! Gute Arbeit, junger Feuerwehrmann. Jupiter ist nun fertig beladen. Kommen wir nun zur ersten Trainingseinheit für heute. In dieser Übungseinheit müssen wir diverse Bodenfeuer bekämpfen. Bist du bereit, Feuerwehrmann? Ja? Großartig! Dann lasst uns anfangen. Bekämpfe alle Bodenfeuer! Zeit! Ich hab es como für denねeren See inches. Dann lasst uns anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht schlecht, junger Feuerwehrmann, aber es wurden weitere Feuer gemeldet. Du musst noch etwas schneller werden. Bist du bereit? Ja? Großartig. Dann lasst uns anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Großartig. Du hast alle Bodenfeuer erfolgreich bekämpft. Du hast die Übungseinheit mit Bravour bestanden. Glückwunsch. Verpasse auch nicht unsere anderen Trainingseinheiten. Auf Spielen macht Spaß. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Kennt ihr bereits den ersten Teil von der Werlein-Feuerwehrmann-Serie? Nein? Dann klickt doch auf den entsprechenden Link. Und vergesst uns nicht, einen Daumen hoch zu geben.